Hier läuft einer. Ich seh ihn, glaub ich. Ja, wer ist denn Hütter? Wer läuft da? Ich bin hinter der Hütte. Da schießt immer noch einer. Ja, das war ich grad auf dem Zombie. Ich bin an Kanschus am Feld. Hier, warte mal. Wer ist da an mir vorbei jetzt? Rote Jacke-Zombie? Ja, roter Zombie. Also der muss mich aus nächster Nähe erschossen haben. Ja, das war mit Sicherheit der, der bei uns in die Hütte reingekommen ist. Der links hat er dich erschossen. Und wo ist der jetzt hin? Ich? Ich nehm den Zombie hier. Habt ihr ihn jetzt ausgeschaltet? Ja, der ist tot. Der hängt bei uns in der Hütte. Wer hat denn er abgeschossen? Ich. Könnt ihr mich aufheben? Ja, warte mal. Wäre super. Also wenn die Situation gecreate ist. Dann geh ich mal von aus. Ich versuche jetzt an Jaila ranzukommen, ne? Ja. Ja, ich glaube der bei uns in die Hütte. Ich lieg direkt am Feld. Ja, ich weiß. Ich bin bei dir. Helft mir. Wieso stehst du denn jetzt auf, Löwe-Troller? Ich nicht. Steh ich auf, oder was? Und Hajo war gar nicht da. Ich dachte, ja. Hajo reagiert gar nicht. Der kommt hier in die Hütte rein gestürmt. Der da hab ich mich gerade hingesetzt. Beziehungsweise ich hatte gesehen, dass du so an der Tür so hin und her gewippt bist. Der ist hier im Waffenhaus. Und ist noch einer drin? Hier ist einer mit dem Helm im Waffenhaus. Kannst du hier durchs Fenster sehen. Okay. Kann man durchs Fenster schießen? Jaaaa. Ja, aber der Weg ist... Der Winkel ist zu schlecht. Ich glaub du kommst da nicht... Du kommst nicht durch. Blutig? Ja, warte mal. Hier hockt der, ne? Jetzt spricht der, ne? Sag mal, wir sind friedlich, Alter. Ja, jetzt nicht mehr. Ich weiß. Jetzt nicht mehr. Der hockt auf dem Bett in der Ecke. Ja, ich seh ihn auch. Ich bin direkt am Fenster. Ich glaub der hat keine Waffe. Der hat eine Pistole in der Hand. Der hat eine Pistole in der Hand. Ja, hau den um, Alter. Pistole in der Hand hat er. Hau den um. Ja, ich kann nicht durchs Fenster schießen. Es klappt nicht. Vom Winkel her, oder? Mach mal die Tür auf. Ich hab getroffen, der kommt raus. Achtung. Er ist angeschossen. Blutig? Heiße. Du hast ihn. Er ist tot. Du hast ihn. Er ist tot. Er ist tot. Wer ist tot? Ach so. Wer hat den denn erschossen dann? Ich. Ah, du hast den Wendel und Mr. auch getroffen. Nein, ich hab nur einen Schuss auf ihn abgefeuert. Kann mich irgendwer aufheben? Dann ist das nicht da. Dann ist das nicht da, ja. Dann mach ich. Dann müssen wir uns die Situation noch klären. Ja, ob du noch mehr rummachst. So. Madame, was hast du denn? Du lebst noch, ne? Du blutest auf jeden Fall nicht, glaub ich, ne? Verbunden hast du die, oder was? Ist da? Ist das grad nicht da. Doch. Also, Dela ist verbunden. Ah, gut. Äh. Ich geb den Salin weg. Warte. Ganz ruhig. Ich bin ungunschiss. Alter, ich hab gemütlich Zucchinis gesammelt, Alter. Und der hat mir voll den Nacken geschossen, die Sau. Mit einer Chumpe. Ist mir doch egal. Alter, warte, ne? Ah! Ah! Ich bin da! Ja, ich kann die Salin hier geben. Hi! Schön! Schön. Frechheit. Wo kann ich denn rein? Hier in Schuppen, war? Ja, entweder in die Schuppen, da liegt die Leichte. Wie die mich noch aus? Da liegt der Mörder noch. Welcher ist der hier? Ja, ich versuch's gerade, ja. Die Sau. Der hat mich gekillt, ja. Der hat mir in den Kopf geschossen. Ja, wahrscheinlich das nicht. Das war jetzt die falsche Leichte ausgibt. Hm. Mein Gesicht ist ja mit dem Helm. Und, äh, falls du Platz hast, Dela, nehmen wir das Long Range Scope mit von denen. Von der Trumpet, oder was? Ja, die SVD hab ich aufm, aufm Rücken, aber den Rucksack und so, den krieg ich irgendwie nicht weg. Das Hunting Scope, ja, nehm ich mit. Ja, mach ich eigentlich. Trumpelt. Mal gucken, wo ich hier bin. Seine Schrotflint ist auch noch, äh, intakt. Ich die mitnehme? Ja, die baue ich. Also, ich bin nur scharf aufs Hunting Scope. Mhm. Schwer zu finden. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas zu... Das sind aber zwei Leichen, wa? Also, an der Sporthalte auch. Ja. Das andere sind klare Zombies. So. Und der Sporthalte war auch noch ein Hunting Scope. Wer hat denn die Sporthalte gehabt? Da bitte mal zu. Äh, der andere wahrscheinlich. Ja, der in der Hütte, das meine ich ja mit dem. Ja, der in der Hütte, der Licher jetzt draußen. Ja, ja, das hat der Jailer genommen jetzt. Ach so, das verstehe ich. Ach so, das verstehe ich. Ich kann die noch einer nehmen. Ich hab... Warte, 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 warte. Ich hab eigentlich auch keinen Platz mehr. Und, Mist, das Rucksack krieg ich auch nicht vom... Das hier vorne ist auch uns nicht von der Leiche runter. Ja, das sind beides so mies. Alter, der hat mir voll ins Gesicht geschossen. Ich hab übrigens gestartet, Hanona. Ach so. Oh. Habe ich aber auch nie. Ja, hab ich nicht gehört wie Hallo. Ich muss mich hier um andere so kümmern. Da war doch einer. Aber du hast da ja einen Backup-Knopf. Ja, den hab ich da einmal schon gedrückt, ja. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich nochmal drücken muss. Das ist jetzt blöd. Und wie funktioniert das gerade hier nicht? Mit den Schuhen, Handschuhen. Ich bin froh, dass ich wieder da bin, ey. Ich esse erst mal was. Na gut. Das wird dann eine zusammengeschnippelte Folge ohne Begrüßung. Hallo. Ich könnte die SVD erstmal in Schuppen legen. Genau. Soll ich machen? Wer ist denn gerade in einen Schuppen gerannt? Ich noch nicht. An ein Jamaika-Haus? Nein. Jamaika-Haus? Ja, da bin ich. Okay. In den Schuppen wollte ich die SVD erstmal legen. Danke übrigens fürs Aufheben. Ja, nichts zu danken. Auch wenn die Bäuerin immer einen anderen Eindruck hat. Aber der Bauer mag ja seine Bäuerin. Ja, der liebt sie ja. Sein Fels in der Brandung, wa? Aber manchmal ist halt, ne? Wenn die großmacht aufmachen. Du wirst ja das manchmal. Ey, die Sau, Alter. Der hat mir voll ins Gesicht geschossen. Hajo, wir haben festgestellt, mit dem Sachen wegziehen geht nicht. Man muss die Sachen in der Hand nehmen. Dann geht's. Dann kriegst du die von der Leiche weg. So einen Rucksack habt ihr schon. Ja, deshalb hab ich die SVD auch weggelegt und hatte versucht, die dann in die Hand zu nehmen. Die haben uns ja gefragt, wo die Leute sind, ne? Da sind sie. Wo bringt sie das alles hin? Ja, hinter den Schuppen hab ich mir gedacht. Übrigens, Peace ist nur über Träger, ne? Und wir kommen zurück bei Let's Play Daisy. Die Bauern-Turbel. Wir wurden ein wenig überrascht. Mir wurde unerfreulicherweise in den Kopf geschossen. Damit hat die Folge chaotisch begonnen. Mit dabei ist aber auch Bauer Hanno. Ja, hallo. Die Hausmarkt-Müster. Ja, hu. Und der Stolk-Mäsch-Hajo. Moin, moin. Metzgermeister Marco ist immer noch auf Lehrgang. Wir müssen uns immer weiterbilden. Wir wollen ja hier in der Apokalypse nicht stehen bleiben, ne? Stillstand ist, ähm, schlecht. Und wir sind immer noch in Beresino. Und hoffen auf Leute. Und die haben wir jetzt ja auch getroffen. Ja, wir looten jetzt gerade die, Harjo und ich zumindest noch die eine Leiche. Und Müsters Sachen bringen wir in Sicherheit. Müster ist leider gestorben bei dem Zwischenschwall. Ach stimmt. Die Arme. Die ist, glaube ich, schon wieder auf dem Weg zu uns, hoffe ich. Und bei mir wird, äh, die Folge etwas chaotisch geschnitten, weil, äh, wir, äh, ja, überrascht worden, hat Jailer ja schon gesagt. Und deswegen, weiß ich nicht, wie ich das so mache mit der Aufnahme, muss ich hinterher gucken, äh, wird das auf jeden Fall ein bisschen zusammengeschnitten sein. Deswegen nicht wundern, wenn das nicht ganz synchron zu Jailers Aufnahme ist. Frechheit. Ja. Unglaublich. Weil Jailer war schon, war schon ausgenockt und ich musste halt noch kämpfen. Deswegen habe ich den Aufnahmeklopf nicht so schnell gedrückt. Richtig. Ich habe schon geschlafen. Nein. Den hat sich mitten ins Feld gelegt, einfach so doll müde. Ja, genau. Hat sie in den Führwissen verstanden. Vor allen Dingen, der muss ja, der muss ja echt aus dem Wald hierher gelaufen sein. Ich habe es voll nicht gecheckt, weil wir alle so... Der Mailhaus ist ein Zombie-Agro. Was? Im Westen mehrere zig Zombies. Äh. Ich sehe auch wen. Da laufen zwei. Ja. Ah ne, ist ein Zombie. Bambi. Bambi mit Pickaxe, ja. Ja. Oh, Schuss. Der hat geschossen. Ich nicht. Nein. Oh mich. Wo sind denn die? Aus dem Polizeiwald. Okay. Ich bin getroffen, ich blute. Welchen See ist da dran? Oh, ich bin umgefallen. Mitten auf der Straße, die West nicht an der Polizei, in den Westen führt. Bewusstlos. Das Problem ist... Ach. Da ist aber keiner. Da ist man sicher. Der hat aus dem Polizeiwald geschossen. Ja, aber hinter meiner Hütte läuft wer. Bist du das, Hajo? Ja, ich stehe hinter dem Schuppen, wo wir die Sachen abgelegt haben. Also wenn, dann brauche ich schnell Hilfe, weil ich am Bluten war. Moment, Moment, Moment. Hier sind aber viele Leute unterwegs. Fuck it. Ich bin immer auch im Schuppen. Hinter meinem Schuppen... Ah, ich sehe dich. Ah, Hanno. Du liegst mitten, aber... Ja, aber aus dem Polizeiwald bist du auf jeden Fall geschützt. Da ist ein Zaun. Ja. Also im... Im Süden vom Polizeiwald bin ich ja an einem Schuppen. Da, wo das Feld ist, oder was? Äh, so ziemlich auch. Also, ich bin gleich wieder da. Ich habe den Bambi abgeschossen. Ja, aber jetzt muss ich mich lang über meine Hütte... Ja, das Problem ist, der ist, glaube ich, hinter meinem Schuppen. Ja, hier läuft wer. Hajo, du läufst nicht, ne? Ja? Ich laufe nach Westen gerade raus. Ich habe auch noch zwei Zombies hinter mir. Was ist denn los, Alter? Wow. Ja, ich sehe Hanno. Der Bambi ist tot. Ja. Den habe ich abgeschossen. Aber da läuft noch ein... Noch einer. Oh, ich habe meine Waffe weggeschmissen. Scheiße. Warum das denn? Ich versuche mal, die Zombies einzusperren und dann Hanno zu verbinden. Ja, hier läuft wer. Ich hoffe, das bist du, Hajo. Ich bin jetzt im gelben Althaus und versuche die Zombies wegzusperren. Ja, dann bist du das nicht. Dann entweder laufen hier Zombies in meiner Hütte. Alter. Ach, scheiße. Die Tür ist nicht zugegangen. Du kümmerst dich um Hanno, ja? Äh, ja. Sofort, wenn ich die Zombies eingesperrt kriege. Scheiße, da schlägt ein Zombie auf dich, Hanno. Ich werde den mal abschießen. Oh. Ist nur getaumelt. Jetzt ist er down. Damit auf Hanno nicht noch weiter eingeschlagen wird. So, die beiden Zombies habe ich weggesperrt. Aus dem Polizei, weil es sagst du, ja? Ja, der ist ja. Das Problem ist, ich habe so viele Schritte hier und ich weiß nicht, ob es Zombies oder... Ich glaube, die Zombies sind aggro. Ich glaube, hier ist einer. Vorsicht, Tayo. Ja, auf mich. Scheiße. Ich habe die hier. Äh, am beigefarbenen Haus am Richtung Hafen, da steht einer. Oder bist du das? Nee, ich bin immer noch im Schuppen. Ich bin wieder da. Ja. Beine gebrochen. Ich bin wieder da. Ach, fuck. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Wie hinter dir, hat er verbunden? Hallo, hat er mich einer verbunden? Ich habe dich verbunden und bin jetzt aber selber bewusstlos. Ach so, Scheiße. Also da, da, wo du lagst, genau hinter dir, das beigefarbene Haus Richtung Hafen. Warte, ey, ich möchte immer noch Scheiße. Und zum dieser Marsch. Hier läuft einer. Ich sehe ihn, glaube ich. Ich kann nur durch das... Was? Wieso bist du tot? Wer ist denn das da mit dem Boonie Head? Das bist nicht du, ne? Nein. Doch, das war Hajo. Ich liebe tot. Das war nicht Hajo. Der hat auf mich gezielt. Ach so. Also da schieß immer noch einer aus dem Polizeiwald. Ne, ich habe gerade geschossen auf den anderen. Ach, du warst da. Ja, der hat ja auf mich gezielt. Du bist tot, Hajo? Ja, hat er gesagt. Ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht getroffen, weil... Ja, er lag ja, ne? Mhm. Ja, aber ich habe da hingeschossen, weil einer hat sich über dich gelegt. Hajo? Ja, ich hatte mich neben Hanno erst gelegt und dann hingehockt. Ich weiß ja nicht, wo du eben warst. Du hattest aber keinen schwarzen Rucksack, ne? Äh, ne. Hunting. Ja, gut. Dann warst du das wirklich nicht. Er hatte zwar auch einen Boonie Head wie du, aber... Hast du ihn denn jetzt getroffen? Ja, ja, ja. Der ist erledigt. Ich bin am Bahnübergang, überhalb von Beresino jetzt. So, ich habe mich jetzt endlich verbinden können. So. Kann ich mal zu dir kommen, Hanno? Ich bin im Schiffen nur auf diesen Feldweg, der nach Westen geht. Weil Zombies allerdings in meiner Hütte rum. Bin auch irgendwo... an der Ostküste. Das Problem ist, wenn ich jetzt rauslaufe... Ich riskiere es. Ich komme zu dir, Hanno. Eine Salinen weg jetzt gebaut, deswegen das habe. Meine Arme sind pähnlich, okay? Hier liegt eine Hose. Also hinter mir ist nix. und ein habe ich erledigt definitiv nur okay du bist wo bist du in dem haus da oben eine kleine hütte die kleine hütte an einem feldweg ja ich weiß der feldweg der hochgeht na ja ich komme ich glaube der mir folgt wer mir folgt einer ich hab dich gesehen das spinner da im polizeiwald südlich polizeiwald aber wenn ich ihn sehe dann erwische ich ihn warte du bist dran ja michael haben sie vielleicht nicht auf dem schirm das ist jetzt also im polizeiwald ja also zuletzt ich habe mich jetzt nicht mehr umgedreht du bist auch noch ein polizeiwald nein ich bin jetzt schon bei dir oben im wald ja neben der hütte da im wald ja ich glaube da jetzt weg ich wollte eigentlich jetzt gucken ob ich den wir wischen dann ich näher mich jetzt wäre sie noch das problem ist dass du die sich da unten wo bist du denn jetzt genau du kennst ja wenn du einen feldweg hoch gehst und hast du das sofa haus nördlich davon im wald nördlich vom sofa haus bis genau im wald aber direkt gleich daneben eigentlich nur ein katzen wo sprung keine ahnung wie man das nennt der ist hier gefolgt ja der ist unten am polizeiwald da hat er dann halt halt gemacht ich denke mal er spottet jetzt auch nach mir ich sehe ihn aber auch nicht mehr weil es da unten so verflucht die sich ist also ein habe ich wie gesagt erledigt muss im schuppen raus wo muss ich hier nur meine sachen zu suchen oder hatten war jetzt schon gefällt genau das ist ein jamaikahaus und da im garten nördlichen zaun und ihr sagt hier im polizeiwald sollte einer sein ja im südlich in tannen irgendwo hängt ja also ich bin quasi auf dem feld rechts von dir stäler hinter einem heuball also genau auf der höhe des sofa hauses einem heuball also ein bisschen ein bisschen südlich vom sofa haus genau auf der höhe des sofa hauses bin jetzt an der kirche wird dann einfach mal in den polizeiwald rein rennen die svd liegt dann hinter dem klein holz schon wenn ich bis dahin komme ja schade danke für die rettung aber schade dass du selbst draufgehalten ist natürlich bedauerlich hätte ja noch gehofft dass stäler das war da im osten richtig an der hauptstraße ja gerade als du gefallen bist bin ich wach geworden konnte ich loslaufen ich habe die schüsse noch mitgekriegt ich dachte er wird schon wieder ein augen ja ich hätte dich laufen sehen ja ich war die ganze im schuppen ich habe mich eigentlich noch erholt so ich laufe jetzt in den polizeiwald rein nützt das was gewonnen sich nur das ist vielleicht beten dann jemand aufscheuchen wo bin ich ach quatsch deswegen das meine ich ja ob dann schlau aber ich würde ich bin in der nähe ich lebe noch auf ihm wurde dann geschossen neben mir hat auch neben mir hat auch geknallt ja das waren diese überschalt schnelle lass dich davon irritieren das heißt sie kommen nicht diese klarerbsen das heißt das nicht in der nähe nein das sind einfach hier läuft einer neben mir im wald okay warte ich versuche in den polizei läuft der läuft weg der läuft über die wiese richtung hosen richtung norden da sind wir nicht der müsste richtung wissen noch nicht schön da musste er folgen wenn er weiter dich schießen will der hat ja nicht geschossen der der gelaufen ist hat nicht geschossen ja gut aus dem polizeiwald randte nach norden so schießt er den richtung kirche und jemand anders hat geschossen ja schlagen die kugeln bei dir ein ach so ich habe nur ich habe nur die die schüsse gehört und dieses pitch 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 die bei unserem ehemaligen feld so da habe ich so die schüsse her gehört also wird gar nicht auf mister geschossen der schießt aber warum ist der hier aus dem polizeiwald rausgelaufen wo ist der jetzt hin bei der kirche oder was richtung norden richtung kirche gelaufen in den wald richtung kirche den habe ich ja gar nicht mitgekriegt also ich bin jetzt im kirchenwald ist ja pass auf der punkt ist gleich daheim warte mal hier schreit ein huhn ich habe das huhn ich sehe ich dich gar nicht aber das ist ein aufgeriechtes und das bin ich wie ich gewesen oh ich sehe dich Hanno ja ist egal ich komme jetzt einfach in meine richtung weiter ich versuche hier erstmal zu meiner leiche zu kommen oder bei den ganzen kugeln ja versuch mal ich versuche auch also hier im polizeiwald kann ich keinen sehen hier ist es still auf dem hügelchen hier das kann dann von gegenüber vom polizeiwald da unten läuft jetzt einer an unserem feld rum und wer du läufst im polizeiwild mister ja ich komme jetzt gerade raus und da zieht wer schießt wenig keiner von uns hier wird geschossen und zwar in unserem feld ich höre das auch ja der hat hier den boonie hat ja ich nähe mich wieder ist ja wieder am leben ich laufe außerhalb vom polizeiwald jetzt richtung meiner leite der blutet der wird jetzt gleich fertig gemacht deine leiche sehe ich und zwei leichen liegen da drei glaube ich sogar tombi ist aber auch ja gut ich habe den einen nicht wirklich gefinisht aber hier kommt uns ach das ist hallo du läufst gerade mit den heuballen da wo unser feld war der blutet ja doch ja ja ich bin jetzt auf der straße die mann gehört zu greifen läuft er auf der straße gerade das ist hallo mit den somit richtung polizei ich komme von westen rein ja ich bin du läufst gerade auf der straße ja okay das ist das problem ist was auf da läuft einer wie müsste sagt er läuft darum der typ der läuft hier der blutet wir sehen das fällt nicht so ist ja deswegen denke ich ihn ja ab ich tue gerade so als würde ich ihm helfen im also die sie jetzt gerade könnt ja ist er allein ja der blutet und wer ist der zombie wer ist denn der bambi der hier nach mir haut ich weiß es nicht einfach von uns wir haben gar keinen so der bambi haust und worden der hockt im polizeiwald und verbindet sich der andere polizeiwald im süden ja ja ich blute shit ja scheiße ich sehe nix mir westlich oder östlich du bist eine leiche der sich verbindet bei mir steht einer an den leichen nein ich liege wer steht damit mit improvised backpack hallo ich nicht nein hier liegen nur tot ja es liegen zwei leichen und ich liege sie sind vielleicht stehend hanno er ist tot das war gar nicht das mein gott hallo da ist einer direkt bei du du reizt das nicht ich habe die stimme und das laufen nicht so ganz ist noch ein bambi bei mir ich bin ein bambi meine waffe hattet ihr weggenommen wer ist das ich bin hier ich bin das an dem ich gerade erschossen habe ja den habe ich gerade erschossen wo du gerade stehst ich frage mich wo der war der das der 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 auf uns geballert hat mit dem schlapphut ich glaube er hat ein schlapphut genau ja die haben beide uniert ja der hat jetzt gar nicht geschnallt dass du da liegst ne wahrscheinlich nicht der dachte du wärst eine leiche gewesen wie krass ist das denn das problem ist wo ist der der sich im polizeiwart verbunden hat das war ja nur ein bambi dann nein ist das gesagt er war ja bewaffnet oder ja das war ja der den ich gerade erschossen hat ist ja jetzt müsste eigentlich nur noch ein bambi da rumlaufen irgendwo der sich natürlich irgendwo an den leichen auch mittlerweile hat ausrüsten können vielleicht ja wer hat meine ak geklaut und mein rucksack ich habe hier ne ich habe hier ne aks 74 ist das die nene ak 101 hatte ich mein rucksack fehlt auch komplett ich habe ja alle bambis abgeschossen vorhin als sie sich zu an hanno nähern wollten und z hätte haben wir seine sachen jetzt auch nicht mehr backpack hier weil ich was essen will so wo ist meine waffe hajo in der welchen schuppen ach so ja was kann ich dir gleich sagen ich bin übrigens ein sofa haus an ohne ich bin ja weiter unten jetzt schon wieder die straße glaube ich also ziemlich nah der läuft hier ich nicht verläuften da deine waffe ist an dem schluss man die seid ihr noch bambi komplett nein ein rucksack und so ist der rucksack und das auch bei euch läuft ein bambi am jamaikhaus ja warum sind die immer so schnell wieder da er schießt er ist leer die waffe ist leer lauf mal für die polizeistraße richtung westenhof wenn er die hinterher läuft locken dahin ja genau bist du du bist die vorderen er blutet aber deiner werden jetzt geschossen ich aber nicht getroffen wer ist das mit der axt ich habe so ihr beide macht das jetzt mit dem ich mache gar nichts da sind doch zwei bambis war ja ach nee du hast ein rucksack was auf da ist da auch müsste ja nur ansonsten macht nichts ich habe gerade ein problem immer in bewegung bleiben wenn da einer um boxt cookie ripper kannst du mich verbinden heilung ja ja kann ich fack da ist jetzt klinge besuch ich muss meine position aufgeben das ist mir jeder ich habe magazin ist weggepackt irgendwie ganz komisch jetzt ist es wieder da aber zu dir hoch kannst du mir dann den zum bisschen war schießen wo ist denn das jetzt schon wieder hin alter ich könnte ausrasten jetzt mit magazin endgültig weg jetzt ist es wieder da du bist ja jetzt ist das magazin es ist alles total bagel hier ich bin wieder da dankeschön diese waffe ist ja nutzlos ich überfass du denn da ks 74 da wenn sie leer ist ist ein nutzlos ist schon klar in der svd sind auch noch zwei schuss drin ja ich hoffe also irgendwie wollte ich das magazin rausziehen dann ist es in der hand dann war es weg in der hand man also es war im prinzip unsichtbar dann wollte ich das andere rausziehen das ist dann weggepackt jetzt ist es wieder einer waffe ist ganz komisch gewesen wo war jetzt meine waffe bitte meine waffe ach so direkt hin jetzt habe ich ja natürlich hast du wecken die gesehen rückseite hier dieser kleine dankeschön und meine schaufel ist ruiniert ich meine des bauers handwerk ich glaube es liegt daran dass hier in dem in der tasche eigentlich eine zucchini liegt die aber doch nicht da ist und deswegen backt das alles so ein bisschen rum bei mir ach da ist das ja also ich war schon weiter unten da wieder die trumpet mit dem scope habt ihr in schuppen gelegt nein ja kann nicht sein weiß ich nicht mehr die trame da schon ich wollte eigentlich nur die 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 das scope abnehmen ich habe die ich habe das scope und ich habe das dann haben sie noch ein scope ich habe das kopf und ja die wird jedenfalls noch mit scope angezeigt ja ich suche hier mal ja das ist glaube ich ein bug das hat jayla abgenommen nach meiner waffe und irgendwo müssen die hätte auch ihn gepackt haben ich komme jetzt gar nicht klar jetzt ist sie bereit rambo los geht's los oder was ihr sieht noch sauber ttsk opens falls einer will würde ich nehmen weil meine ist sowieso schon durchgeschossen ich glaube ja dass der polizeiweite noch nicht hier ist wenn ich ehrlich bin ja der der dem uns geschossen hat beständig mit dem uni hat habt ihr hier 20 winchester hatte der winchester oder was aber ich habe hier wir auf ein von denen die da am boden rumlagen das hatte er eine waffe keine ahnung ich habe nur seinen rucksack genommen weil ich das essen haben wollte was da drinnen war das war echt so gut wenn er tatsächlich nicht gesehen hat in welchem haus seid ihr denn ich habe gerade schritte in einem haus gehört hier rechts also ich bin jetzt lauf gerade die polizei ab aber wir haben noch keine keine leiche gehabt die mein zeug hat mein rucksack und meine waffe und was hattest du für einen rucksack ja wo hast du denn schritte gehörter hat im backpack und da hinten ist ja das l haus nach ja warum glaubst du wo bist du jetzt hier gerade er hatte das geld hatte der mit dem bugi ne einer von denen auf der straße hatte der nicht ein hunting war es nicht neben einer in dem jamaikhaus ne das seid ihr das seid ihr das seid ihr ihr habt ja keine grünen binden mehr ne ich bin beim grünen jamaikhaus das bist du mister ne ja mit dem verschreckt mich mal hier das bist du ne mit dem naja ihr beiden seht es ich bin das alleine ne hallo ist auch hier ja am jamaikhaus hinterm jamaikhaus ich habe noch die grüne binde weiter ich auch und ich sag dir hanno in diesen beiden häusern einen von den beiden habe ich schritte gehört wenn ich nein nein das da gegenüber oder das l haus und da war keiner von euch beiden hallo und hallo hat zu der zeit gesagt dass da mal ja polizei ist nein 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 ich bin jetzt am bahnhof bahnhofsgebäude darf ich drauf zu hat einer muni für die aks 74 u ja ich was kommt da rein diese diese silbernen na ja ich habe ja auch welche die habe ich nämlich ich habe 20 stück ich ich sitze hier immer noch am bienenstock oder am kanickelkäfig hier an der scheune hinterm jamaikhaus ja eben wieso siehst du mich denn nicht ja was ist bewaffnetes bambi am bahnhof grünes bambi t shirt weiß ich was er für eine waffe hat also ich bin am jamaikhaus gewährmäßiges dann mache ich dir das magazin raus willst du es haben was hast du denn ich habe eine aks 74 u in der hand noch einer mit dem hunting backpack ich habe der hat meine waffen glaube ich und mein rucksack okay am bahnhof direkt am bahnhof okay ja ja jetzt 20 schuss ich habe auch 20 mister ich kann dir die auch geben warte im moment wenn er da sitzt ich schmeiß ja auch mal welche raus warte 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 da auf dem boden bahnhof ich sehe den bahnhof ja auf der wasserseite vom bahnhof und davon oder was haben ja relativ hinter dem bahnhofsgebäude war einer nur mit wasser und einer mit mit waffe und rucksack ist weiter richtung hafenbecken noch ich bin auch gerade am überlegen ob ich das hier so gemütlich finde ja dann müssen wir an richtung von richtung norden dran wenn wir mal ein kleines folgenpäuschen machen das ist auch relativ bambi mäßig aus bis auf meinen rucksack ich würde sagen wie es dann weitergeht ob wir die finden ob wir hajos sachen wieder kriegen und ob wir das vielleicht friedlich lesen können das seht die dann der nächsten folge bis zum nächsten mal